Und dann Moinsen zum Spielfazit, hier wie immer vor dem Vlog, der kommt noch, deswegen auch ein paar Themen, die ich ansprechen werde, werdet ihr natürlich noch im Vlog auch ein bisschen bebildert sehen, ist ja logisch, ist ja wieder ein normaler Vlog in Augsburg, nicht im Auswärtsvlog, deswegen alles fein. Ja, Augsburg generell, wir sind da ja schon ein bisschen früher los nach Augsburg, schönes Wetter gewesen, schöne Stadt muss man auch recht sagen, auch grundsätzlich nette Menschen, wirklich sehr, sehr angenehm gewesen dort, hatten da wirklich ordentlich Zeit auch in Augsburg, wirklich sehr, sehr einfach entspannt gemacht, einfach da gechillt, war sehr, sehr geil, hat auf jeden Fall was. Also hat natürlich dieses Großstadtding, ist schon da, aber halt gleichzeitig ruhig und auch sehr viel Grün, so sehr viel Natur und sowas, da irgendwie am Flusssee, wie auch immer mal ein bisschen vorbeigelaufen, viel Zeit da verbracht, sehr, sehr geil gewesen. Also wirklich, hat eine gewisse Tiefenentspantheit reingebracht, die sowieso schon da war, weil ey, die Saison und so, brauche ich nicht drüber, groß drüber reden, so, gibt keinen Grund in irgendein Spiel noch panisch reinzugehen, so, aber auch das, dieser Tag davor, so entspannt gewesen, top Wetter und sowas, top Stadt alles, ähm, gerade das Grüne vor allem war auch echt, echt geil. Ähm, und da, ja, wirklich tief in das Spiel reingegangen, ähm, das Einzige, was ich hier echt nach Augsburg, äh, ein bisschen haben werde, gefühlt, ist, dass ich irgendwie mir im Schlaf irgendwelche Fahrradklingeln wahrscheinlich irgendwie in den Schlaf rein halluzinieren werde, weil es hatte wirklich Freiburg-Flair, es hatte Freiburg-Feeling, so viele, äh, so viele, ja, Fahrradklingeln oder Fahrräder generell, wo du immer noch ausweichen musstest, Platz machen musstest, das war schon echt wild, beziehungsweise einfach ungewohnt gibt es an meiner Stelle, ähm, und auch generell habe ich schon gerade gesagt, es gibt ja gar keine Panik mehr, in irgendwelche Spiele reinzugehen, deswegen war es schon besonders genug und geil genug, dass du wirklich in ein Spiel reingehst, nach Augsburg, auch für Augsburg besonders, weil ich ja gesprochen habe mit Dennis im Vorbericht, wer das noch nicht angehört hat, gerne tun noch vielleicht vor den Videos, wenn ihr Lust habt, ähm, wo jetzt eben das Spiel schon durch ist und die Videos dazu, ähm, aber dass du halt, dass beide Mannschaften ohne Druck reingehen quasi, oder halt nur Druck nach oben, die vielleicht noch Euroleague-Chancen, wir, ey, Platz zwei wäre doch ganz geil, greifen wir an, mal gucken, was die Bayern machen, ne, so in die Richtung, aber das dass beide Teams in den Spieltag reingehen, zwei Spieltage vor Schluss, oder vorletzter Spieltag, ähm, und beide schon gerettet sind, ist auch schon was Besonderes gewesen, so, ähm, aber grundsätzlich, doch grundsätzlich das Gefühl ist komisch, oder neu, besonders, wie auch immer, ähm, dass du, ja, in den vorletzten Spieltag reingehst, als VfB-Fan, und dir eigentlich wünscht, dass es auch noch weiterläuft, so, dass nächste Woche nur noch Gladbach ist, tut fast irgendwie weh, die können auch gerne noch den Sommer durchzocken, so, weil es einfach Spaß macht, letzten Jahres ist die Saison eigentlich eher früher, kürzer gewünscht, wenn es selbst ja, geheißt, geheißen hätte, wie auch immer, geheißen hätte, klingt gut, ähm, dass du absteigst, selbst dann war es fast egal, teilweise, oder man sagt, ja, komm, 20 Spieltage, ich kann es nicht mehr angucken, mach zu den Laden, so, und jetzt willst du eigentlich am liebsten noch eine längere Saison spielen, ähm, deswegen, das war sehr, sehr geil, alles, äh, das Gefühl ins Spiel reinzugehen, Startelf war Vollgas, ne, also kein Karasur drin, so ein Mio von einem trotzdem Leveling, ganz normal, ne, schon durchaus, äh, Vollgas, ähm, das Einzige, was mich im Stadion ein bisschen genervt hat, ähm, hatte ich gar nicht mehr im Kopf, war jetzt schon einige Mal in Augsburg, aber ich werde nochmal, äh, kurz darauf zu sprechen, ähm, aber ganz vergessen gehabt, diese, diese Bauform von den Sitzplätzen verstehe ich nicht ganz, also im Sinne von, du sitzt ja da, und du hast dann normalerweise unter deinem Sitz nichts und kannst dein Getränk entspannt ganz nach hinten stellen, zum Beispiel in Stuttgart, da hast du jetzt so, keine Ahnung, so nach unten, so eine Rutsche, sag ich fast, so hingebaut, das ist total kacke, das Abstellen von Getränken und allem, also ich verstehe nicht, was, was man damit, äh, vorhat, vielleicht kannst du mir irgendeinem Augsburg-Fan erklären, ich hab absolut keine Ahnung, ähm, was auch sehr witzig war, wir waren extrem früh drin im Stadion, aber dass sie einfach unsere Hymne gespielt haben, war auch cool, also Stuttgart kommt, haben auch die Fans mitgesungen, war sehr, sehr geil, und auch da schon gemerkt, als sie wieder eingelaufen sind, wie gesagt, das seht ihr alles im Vlog, vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht noch nicht, rein chronologisch kommt das Spielfazit hier zuerst, ähm, ja, war das ein Heimspiel von Beginn an, als sie eingelaufen sind, die, die Jungs zum Aufwärmen, war das schon komplett gestört, wie immer, wie, also wie immer im Sinne von, wie immer in Augsburg, also da sind immer extrem viel dabei, letztes Jahr 6.000, dieses Jahr, mal gucken, wie viel dabei waren jetzt an der Zahl genau, ähm, und was sehr, sehr geil war, was auch besonders war, finde ich, ähm, war diese Aktion, wo die, wo die Kinder einlaufen, viele Augsburg-Kinder, und eben ganz hinten waren auch noch ein paar VfB-Kinder quasi, oder Kids, tipp mal Fritz, ich glaube, irgendwas in der Form vielleicht, ähm, mit VfB fahren, als die dann am Vlog vorbeigelaufen sind, ging erst mal dick Applaus los, also richtig lauter Applaus, und dann haben sie Stuttgart international angestimmt, wirklich absoluter Gänsehaut, im Moment auch für die Kids auf dem Platz, das soll natürlich überragend gewesen sein, so, hast irgendwie, was weiß ich, 90 Prozent davon sind Augsburg-Kids, Kids quasi, und dann kommen die VfB-Kids dahinter und sowas, und ja, denken sie, ja, kriege ich nicht so viel mit hier irgendwie, du kriege ich nicht viel ab in einem Auswärtsspiel, kommst dann am Vlog vorbei und die geben da Gas, als wäre gerade ein Tor gefallen, das war wirklich besonders, fand ich sehr, sehr schön, äh, die Geste, sag ich es mal, nenne ich es mal, ähm, und dann, ja, spielerisch, du warst tonangebend von Minute 1 an, führe ich Großchance, habe ich unter anderem, äh, aufgelistet, ähm, was ich sagen muss, am Anfang vor allem, dann irgendwann nach dem 0-1, also 0-1 aus Sicht von Augsburg, wurde es ein bisschen schwächer, fand ich, aber grundsätzlich, äh, für das, wie ich jetzt schon, ja, ich glaube, 5-6 Mal in Augsburg war, ähm, fand ich die Fans auch wirklich, ähm, ja, ich sag mal, bemerkbar gut, die Augsburg-Fans, muss ich auch an der Stelle mal sagen, hat ein bisschen nachgelassen irgendwann dann, aber, äh, vor allem am Anfang fand ich es echt in Ordnung, und, äh, ja, noch zwei, drei anderen Chancen gewesen, ich glaube, Lebeding habe ich hier aufgeschrieben, zum Beispiel, hab wieder aufgeschrieben, dass, dass Dergiou sehr, sehr stark war, und er mir gut gefallen hat, also kaufen den Mann für diese 2 Millionen, was da sind, kaufen, aber wird ja wohl getan, laut den ganzen, äh, berichten, ähm, alles in allem war es jetzt nicht spektakulär, die Halbzeit so, ne, wir hatten jetzt 100% im Griff, aber der letzte Patsche hat gefehlt, wenn mir da schon gedacht und auch schon da schon gewünscht, komm, heben sie sich halt auf, die Tore für die richtige Seite, quasi auf, auf die Kurve spielen, 10 Torschüsse waren es, 78% Ballbesitz in Halbzeit 1, komplett krass, und dann ging es schnell, 0 zu 1, Gerasi, quasi direkt nach, nach Anführungszeichen der zweiten Halbzeit, Weltball von Mio, geil verarbeitet, dann ist es halt ein klassischer, klassischer Seru, endlich wieder eiskalt gewesen, hatte so ein bisschen, letzten ein, zwei Spielen ein bisschen Pech gehabt in Sachen Abschluss, ähm, jetzt eben damit auch, nicht nur egalisiert den Gomez-Rekord, nö, gebrochen, er ist jetzt der alleinige Top-Torschütze des VfB in einer Bundesliga-Saison, also 26 Tore, Minimum, ein Spiel kommt ja noch, ähm, und dann spielst du es halt, im Stil einer Top-Mannschaft, ne, triffst halt nicht mal in deiner Hütte, dann ging es ja komplett, also ab da ging es ab, ab da ging es ab, der erste Halbzeit war auch schon Bock, ich habe gesagt, es ist ein Heimspiel gewesen, 90 Minuten, das ist ganz klar schon mal, ähm, aber ab dem 0-1 vor allem, war zweiter Halbzeit wieder komplett, kompletter Fiebertraum im positivsten Sinne, wieder, ne, die ganzen Begriffe, die ich immer um mich, um mich rumwerfe, Glückseligkeit durch eine Freude in jedem Fangesagen, VfB-Allee scheppert immer richtig hart, generell in so ein bisschen kleineren Scheinen, sag ich mal, bleibt auch die Stimmung immer so geil unter dem Dach so ein bisschen hängen, also da scheppert es auch immer gut rein, ähm, waren auch gar nicht aufs Zweite, äh, die Jungs, Dauerdruck, äh, immer wieder in Phasen gehabt, brutale Stimmung nochmal gelistet hier, ähm, und dann Gerasi auch, habe ich auch gesehen, dass danach auf den Bildern, ähm, klopft sich auf das Trikot, und damit eben auch auf, äh, das VfB-Logo auf dem Trikot, das ist noch viel wichtiger, klopft da drauf beim 1-0-Jubel, kann man jetzt in irgendwelche Richtungen deuten, ne, also, ich würde es natürlich in die positivste Richtung deuten, im Sinne von, ey, der klopft da drauf, der ist hier, der hat da Bock drauf, ich bin da auch nicht wirklich, äh, ja, nicht so negativ eingestellt, wie vielleicht andere, die sagen, ja, Gerasi ist doch sicher weg im Sommer, sehe ich nicht ganz so und das ist vielleicht auch gar kein schlechtes Zeichen, aber was man auch sagen muss, Augsburg hat nicht aufgesteckt, die haben nie aufgesteckt, immer wieder was versucht auf jeden Fall, wurden jetzt nie krass gefährlich, ne, aber sie hatten halt ihre Chancen und so 0 zu 1 auf Dauer ist halt immer auch gewissermaßen eine gewisse Spannung drin einfach, ähm, was ich auch nochmal aufgeschrieben habe, diese Ballsigkeit immer ist einfach so wunderschön anzugucken, wirklich, guckst da an, wie die Dinger lösen, hintenrum, durch die Mitte, das ist halt wirklich brutal, brutal gut einfach, ähm, und dann hast du es über die Runden bekommen, das Ding, also das 0 zu 1, auch da, zweite Halbzeit auch noch ein paar Chancen gehabt, wenn ich Sie das im Kopf habe, glaube ich, dann führe ich auch aufs kurze Eck, jetzt keine hundertprozentigen so, ne, aber, äh, genug Chancen auf jeden Fall, ums Zweite zu machen, das war so das einzige Manko, da hättest du locker noch das zweite Tor machen können, machen müssen, um sich halt eben früher zu entscheiden, am Ende auch egal, 1 zu 0 gewonnen, einfach mal so, sag ich mal, souverän und dazu ja noch zu niedrig neben Bayern auch so gewinnen. So hat es sich so ein bisschen angefühlt, war sehr, sehr geil, entspannte Nummer gewesen, sag ich mal, ich hatte also zumindest, ich zumindest war 90 Minuten lang tiefenentspannt, könnte an den paar Stunden da vorhin auch so gelegen haben, wie schon gesagt, aber ich war tiefenentspannt auf jeden Fall, auch da endlich, vorhin angesprochen, meine Bilanz in Augsburg aufgewertet, wenn wir hatten, was hatten wir jetzt, in der Abstiegssaison hat man 1 zu 0 verloren, dann in der Korkutrückrunde 1 zu 0 gewonnen, immerhin mal, dann ist 6 zu 0 in der Abstiegssaison, dann ist 4 zu 1 in dieser, ja, halb Corona-Saison, wie auch immer, auf jeden Fall waren nicht alle zugelassen, alle Fans, letzte Saison 1 zu 1, sind wir bei 5, das war das sechste Mal, zweiter Sieg, wird ein bisschen besser die Bilanz in Augsburg, was meine Reise da angeht, ja, noch so, ja, Stadion sah geil aus, muss man echt sagen, also ich bin jetzt, bin auch einer, der immer sagt, ja, ein bisschen Baumarkt und sowas, ne, die Witze verstehe ich auch und fühle ich auch und gehe ich auch mit, aber rein vom Ambiente heute, vom Blick in das Stadion, Flutlicht dann, der Himmel hat irgendwie drüber gepasst, so, das sah echt geil aus, das Spiel auf den Freitagabend in dem Stadion mit dem Flutlicht, mit dem Himmel auch heute, das sah sehr, sehr geil aus auf jeden Fall, Pyro-Show, auch nice am VfB, haben gut Pyro gesündet, natürlich einmal Vollgas alle zusammen, dann immer wieder gefühlt provokant alle paar Minuten mal wieder eingezündet, damit die, ja, die Durchsprache im Stadion kommen musste, von wegen, ey, bitte mal Pyro lassen, aber das war auch sehr, sehr geil, sieht immer cool aus, ne, logisch, ist immer eine gewisse Gefahr da, aber, ne, vom Ding her sieht es schon cool aus und viel mehr kann ich auch nicht bewerten, hat so ein Ding in die Hand gehabt, weiß nicht, wie es ist, wenn das neben mir an der Zünde, deswegen kann ich da auch nicht viel mehr, äh, bewerten, ähm, ja, schon gesagt, Gerasi, alleiniger Top-Türschütze, jetzt eben auch alleiniger Saisonsiege-Rekord, ne, 22 Saisonsiege noch nie geschafft, weder Meistersaisons, egal was, nie geschafft, jetzt auch vorerst zweiter Vizemeister, aktuell, bevor die Bayern spielen, aber eben damit auch mindestens dritter, letztes Mal gegen die Bayern den vierten Platz und eben das alleinige erreichende Champions League ohne Dortmund, ohne fünften Platz, ohne Koeffizienten, dies, das, ähm, diesmal, ja, Platz 3 gesichert vor Leipzig, kommt auch sehr gefährlich, kommt sehr, sehr geil, gut, die Bayern, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht ganz dran, dass wir es noch schaffen mit Platz 2, was haben die Bayerns noch, ich glaube zu Hause Wolfsburg und dann Auswärts Hoffenheim, ich glaube schon, dass sie normalerweise genug Punkte holen, außer die haben wirklich gar keinen Bock mehr auf die Saison, so, äh, aber zumindest, egal, auch wenn sie jetzt gewinnen gegen Wolfsburg, ist trotzdem noch ein bisschen Spannung drin für Platz 2, weil wenn sie in Hoffenheim verlieren, wir gegen Gladbach gewinnen, werden wir zweit am letzten Spieltag, also, auch nicht verkehrt, da zumindest noch so eine kleine Spannung mit drin sind, oder so ein, so was kleines, nettes noch zu haben auf dem letzten Spieltag, dass dann nicht in Anführungszeichen, ähm, ja, neben Feiereien und, ja, Glückseligkeit des Jahrhunderts für so eine Saison und alles, ähm, rein sportlich irrelevant ist, deswegen auch das ganz nett eigentlich, ähm, fühlt sich auch weiterhin komisch an, einfach so völlig unproblematische Auswärtsspiele zu machen, die Saison ja schon ein paar gehabt, Mainz war geil, Frankfurt war geil, Hoffenheim sowieso 0 zu 3 und so Geschichten, jetzt hier so ein Augsburg-Ding, fühlt sich neu an, fühlt sich komisch an nach den letzten Jahren, Abstiegskampf, ich sag, auch gerade im Direktvergleich, letztes Jahr 1 zu 1 in Augsburg war in nochmal eine ganz andere Welt als dieses Spiel heute, ähm, hier nochmal aufgeschrieben, Glückseligkeit, das ist es halt einfach, ne, 19 Torschüsse, 763 Pässe gespielt, 91% Passquote, 77% Ballbesitz, Dominanz pur, logischerweise in den Vergleichen, äh, Augsburg natürlich deutlich schlechter, äh, dabei gewesen, ähm, 70 Punkte, das ist Meisterschaftsniveau 2007, 70 Punkte, aus 33 Spielen 22 Siege geholt, weil 22 Siege, das klingt schon mal komplett gestört, aber in dem Vergleich nochmal, aus 33 Spielen holen die 22 Siege, ist halt komplett, komplett blem, blem, komplett krank, ähm, deswegen, das ist unglaublich einfach, das bleibt dabei, so eine Saison, das Spiel jetzt heute, das kriegt, das kriegt man verarbeitet, ne, das war geile Stimmung und sowas, aber war jetzt spielerisch nichts, was man irgendwie Tage braucht, zu verarbeiten, so, aber vom Grundsatz her, diese Saison zu verarbeiten, ich sag's halt oft, ich sag's immer wieder aufs Neue, das ist so ein Ding, wo du in ein paar Jahren drauf guckst und sagst, ey, weißt du noch, die Saison, 23, 24, so, ne, das ist ganz, ganz groß, ganz, ganz besonders, deswegen, genießen, Leute, genießen, genießen, wirklich alles, aufsaugen, da ist auch keiner, da ist auch keiner böse, durft gesagt, wenn du die Wiederholung vom Spiel, oder die Highlights, äh, die du jeden Tag nochmal reinziehst, von wie für die jedem Spiel, wirklich, das, das muss aufgesaugt werden, so, das muss aufgesaugt werden, im Moment leben, das ist unglaublich, ein Spiel ist noch, Gladbach, das wird auch komplett, Eskalation im Sinne der Freude, Glücklichkeit, alles, Euphorie, wie auch immer, das wird auch ganz, ganz besonders werden, gegen Gladbach, auch da kann man sehr positiv sein, dass man das Spiel gewinnt, und auch da wieder neue Rekorde aufstellt, dies, das ist völlig Wahnsinn, wenn du noch das Saison, dann da drauf schaust, auf die ganzen Rekorde und sowas, wird das immer noch nicht ganz ankommen, Champions League, genau das Gleiche, da werde ich wahrscheinlich selbst in der Auslosung noch irgendwie denken, ach cool, da ist ein Ball von uns drin, aber mehr ist da auch noch nicht so, da brauche ich auch dieses erste Spiel, Anpfiff, Champions League-Hymne, vor Ort am besten noch, und dann so, okay, krass, wir sind da wirklich dabei, so, also es wird alles brauchen, zu verarbeiten, aber, ey, wer hat letzte Saison so viel zu verarbeiten, was Kacke war, was dann gedauert hat, dass das hier einfach nur das Positivste der Welt ist, dass sowas lange braucht zu verarbeiten, es bleibt eine wundervolle Saison, eine überragende Saison, heute auch wieder eine überragende Stimmung gewesen, in Augsburg, vor allem Hälfte 2, wie gesagt, nach dem 0 zu 1, es macht einfach nur Spaß, es ist ungewohnt, aber es ist ungewohnt schön, absoluter Traum, ab in die Kommentare, mit euren, ja, euren Gefühlen zum Spiel, euer Spielfazit zum Spiel, sagt, der Vlog kommt noch, oder ist schon online, im Normalfall ist das hier wieder ein Nachtschicht, Nachtschichtthema bei mir, deswegen ist es im Normalfall schon online, deswegen gerne beides angucken, hier immer, wie immer auch gerne kostenlos Like und Abole lassen, ganz klare Geschichte, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.